hallo liebe leute und herzlich willkommen hallzeit ist immer schöne zeit ja ich freue mich ich kann euch noch einen hall präsentieren und der hat es wieder mal in sich leute das ist der absolute wahnsinn mal wieder und diesmal sind die castens schuld die castys die castys sind schuld jawohl zwei verschiedene castens mit c sind schuld dass wir hier diesmal so viel zeug haben ja ich fange einfach mal hier mit an wir gehen das ganze wieder chronologisch durch das ist glaube ich immer das einfachste wobei ich wieder mal nicht versprechen kann dass ich alles eins zu eins zustande bringen so wie es in der reihenfolge wirklich gewesen ist weil ihr werdet sehen ich habe den tisch hier voll stehen ja und zwar vor gar nicht allzu langer zeit schrieb mich ein gewisser karsten mit c an einer von den castys und fragte mich ob ich nicht interesse an ein paar hörspielen hätte er hätte ein paar gefunden und da würde er mir jetzt gerne einen sprung von anbieten das hat er dann auch getan ich habe ihn noch runtergehandelt um fünf euro aber er sagte das wusste er weil er kennt mich ja kennt halt die videos hier nicht und ja ich bin sehr einverstanden mit dem was hier am ende bei rausgekommen ist und ich möchte die euch jetzt einfach mal zeigen zeig sie euch im einzelnen es sind interessante hörspiele dabei die ich teilweise ich zeig sie einfach oder dreh dich lang hörspiele ich bisher nicht kannte und in die ich tatsächlich auch einmal erstmal reinhören musste das ist so geil normalerweise mache ich das ja nicht dass ich so ganz unbekanntes zeug kauf aber bei manchen geschichten da bin ich irgendwie aus irgendeinem grund sofort mit dabei so und in diesem falle waren das einfach vier folgen von schubiduhu schubiduhu ja das ist ein karussell hörspiel das ist also sowieso schon ich weiß ihr wisst ja ich bin europa kinder meine mütze sitzt irgendwie schief das ist europa kind das heißt welche hörspiele ich am meisten gehört habe damals in jungen jahren sind hat die von europa die von karussell und kiosk habe ich eigentlich eher weniger gehört aber das hier ist mir irgendwie auch nie untergekommen damals aber als ich gesehen habe dass er die hatte und zwar vier folgen die preise auf den seiten die stimmen nicht dass vielleicht das was er bezahlt hat vielleicht auch das was er verkaufen wollte die roten punkte ich weiß es nicht keine ahnung nichts desto trotz schubiduhu das pfiffige gespenst folge 1 bis 4 und das fand ich sehr cool weil da ist walter giller unter anderem als sprecher das kennen wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht mehr aber das hat mich aber fasziniert aufgrund der sprecherriege wieder mal beziehungsweise aufgrund der tatsache dass der erzähler walter giller ist das ist absolut stark und natürlich ist auch kerstin dreger hier mit dabei die kennt ihr vielleicht auch ja hanni van heiden ist hier mit drauf die habe ich letzt schon mal erwähnt die kennt ihr vielleicht auch das ganze ist von 1991 das ist also auch eine zeit wo ich gar nicht mehr so extrem in der hörspielszene unterwegs war aber ich mag so geschichten mit geistern ich bin auch großer fan von huibu und ich habe hier mal reingehört tatsächlich und ich fand die fantastisch dementsprechend war das für mich ein nobrainer die mitnehmen zu wollen ja so haben wir ersten vier folgen von schubidu ich weiß gar nicht wie viel es da insgesamt von gab aber ich finde die witzig und die cover sind auch schön gemacht also das ist eine super sache und sie sind besonders wertvoll für kinder steht extra drauf dann muss das ja auch so sein sowas mag ich gerne und wenn da alte sprecher dabei sind die mir persönlich aus meiner frühen schaffenszeit bekannt vorkommen dann finde ich das umso schöner dann haben wir dabei gehabt huibu das gespinst ja da fehlen mir tatsächlich auch mal noch ein paar und ich bin immer kurz davor mir die nostalgie box auf cd zu holen aber irgendwie mache ich es nicht und trotzdem hole ich mir die dann immer auf kassette und auch auf cd ich habe also beides ja und hier haben wir jetzt einfach mal folge 8 der gruseltanz dann folge 9 die geisterjäger die geisterjäger und folge 12 das unheimliche feuerrost ja huibu sehr schön ich mag die das sind schöne alte hörspiele die keine 6 mark 90 kosten müssen oder auch nicht 6 euro 90 und da war ich auch sehr froh dass ich jetzt wieder meine huibu sammlung etwas vervollständigen kann ich muss das alles noch abhaken auf meiner liste darf ich nicht vergessen weil sonst gibt es dann wieder probleme wenn ich das nächste mal wieder unterwegs bin aber da habe ich mich auch schon wieder sehr gefreut also haben wir da schon wieder ein paar neue hörspiele das hört damit aber nicht auf nein es sind noch mehr wir haben noch sherlock holmes spuren im moor und das ist besonders schön weil das sind die alten sherlock holmes hörspiele von europa die ich damals auch nie gehört habe aber wer spielt hier den sherlock holmes peter passetti ja der wunderbare skeletor und der wunderbare alfred hitchcock von den drei fragezeichen ist hier der sherlock holmes und das ist auch sehr sehr witzig weil hier ist zum beispiel eine geschichte dabei wo er total auch wahnsinnig macht das ist total genial ja also wirklich ganz ganz großartig gespielt dann schatzsuche im atlantik 1 da bin ich mir gar nicht sicher ob die ich schon habe es kann sein dass die schon irgendwo in der sandung schlummert aber das ist manchmal so und wenn man dann solche hier 9 9 90 das spricht auch schon bände gelber punkt also wertvoll ist also ob der karsten was da drauf geklebt hat oder ich hoffe nicht dass du das damals bezahlt hast 9 euro 90 und mir das dann jetzt zum abbel und ei verkaufst weil das wäre natürlich auch komisch dann sehr cool auf jeden fall geheim polizei schwarze sieben und das ist auch so ein hörspiel das ist uhr 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 alt ihr seht das auch schon kassette einfach mit einer grauen kassette mit orangen label von fontana kennen viele von euch gar nicht aber jetzt passt mal auf da sind ein paar namen dabei die euch vielleicht was sagen ja peter wird gesprochen von santiago zisma na spongebob genau dann haben wir torsten sense mit dabei oliver rohrbeck den kennt ihr natürlich als justus jonas andreas fröhlich ist auch mit dabei also bob andrews auch das heißt es sind hier wirklich tolle leute mit dabei uhr uhr beck ist hier mit dabei hans malau ist hier mit dabei es ist halt einfach auch so ein bisschen das who is who von 1977 der entsprechenden sprecherriege damals und der gute oliver rohrbeck hier noch blut jung also wirklich blut 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 jung ich weiß gar nicht ob das dann noch sogar vor der zeit ist wo er pinocchio gesprochen hat vor justus jonas ist das auf jeden fall ganz schön also finde ich ganz schön ist auch ein schönes abenteuer ist eine schöne geschichte steht 1490 drauf um himmels willen ist wahrscheinlich was super rares ich kannte es so noch nicht habe es mir angehört letzt habe mich gleich rein verliebt fand es ganz ganz toll die schwarze sieben tolle sache es ist aber ein kinder hörspiel eindeutig na es ist ein kinder abenteuer aber mir persönlich gefällt dass wenn das diese abenteuer von damals sind die so leicht und unbeschwert sind dann war mit dabei eine knacks hörspiel kassette und auch da kann ich natürlich nicht nein sagen ja ja auch schön text und artwork comic con aha ja so heißt wahrscheinlich der produktions ich denke diese folge habe ich noch nicht es gibt da ja einige von die gefällt mir ihr auf jeden fall schon mal vom cover sehr sehr gut ich weiß auch gar nicht wie die hörspiele so sind kann sein dass die gar nicht so dolle sind aber es ist halt einfach knacks und für mich ist knacks halt was schönes ich habe da oben ja ihr könnt ihr immer ganz schlecht sehen diese ganzen knacks figuren auch alle stehen das fehlen immer noch ein paar ich glaube langbart fehlt noch mampf fehlt noch dodo fehlt noch und ich glaube sonst habe ich sie inzwischen fast alle das ganze dorf müsste zusammen sein ich kann ja mal gucken hier ist ja das ganze dorf abgebildet ja ich habe einen pierre cartoon in ganten kiel in emmerich sogar mehrere genau es fehlt eine zipfel zipfel fehlt auch noch genau es fehlen eigentlich nur noch dodo zipfel langbart und mampf also eigentlich all die bösen und böse sind ja auch nicht die sind ja nur so ein bisschen missverstanden schönes hörspiel bestimmt habe ich mich auch sehr darüber gefreut das hat ja auch keinen kein preis irgendwo so dann auch eigentlich wenn ich das richtig säne eine relative rarität glaube ich also ich glaube das ist etwas wo inzwischen einige leute auch einiges an geld für hinlassen ich natürlich nicht ich bin bei sowas nicht bereit lasse ich lieber liegen wir haben hier auf jeden fall das geheimnis um tkkg habe ich tatsächlich noch nie gehört ist eine folge ohne nummer muss ich mir unbedingt mal anhören und dann noch zwei nummern von tkkg die mir fehlten die 131 und die 120 was haben wir hier bei anruf angst und stundenlohn für flotte gangster sind nämlich die hörspiele ich euch letztes mal im hall schon angekündigt habe dass da was kommen könnte ja weil hatte ich halt schon angekündigt so dann habe ich bei ihnen noch es waren insgesamt diese menge an kassetten diese hier mit erstanden gigant ameisen ja das sind ja im prinzip von der neon grusel reihe die die späteren auflagen die ich weiß gar nicht wie sie die dann genannt haben hier ist leider das cover nur kopiert aber das ist jetzt ja nicht schlimm hauptsache das ist dabei ja das sind die ich weiß gar nicht die hatten auch noch einen anderen namen die die heißen nicht neo grusel weil neon grusel waren ja im prinzip die alten die hießen noch anders da bin ich auch gespannt ich weiß auch gar nicht ob ich die nur noch nicht auch schon habe ich habe da ganz wenige von die sind nämlich extremst rar inzwischen es gab auch nicht alle folgen damals gab ja entsprechende menge an folgen von grusel hörspielen von damals da wurden nur irgendwie zehn stück oder so rausgebracht und auch nur ein paar folgen mit diesen ganz besonderen techno ich glaube techno kann das sein dass die irgendwie techno hießen techno grusel keine ahnung jeden fall sehr schön habe ich mich auch wirklich sehr darüber gefreut da mal wieder eine zu bekommen auch wenn das cover halt kopiert ist das mir dann im endeffekt egal die sind ja auch nicht zum weiterverkaufen gedacht die sind ja für mich ja und er hat mir dann tatsächlich noch drei stück mitgebracht obwohl ich da schon einen schönen hals abschneider preis von ihm bekommen also hals abschneider im sinne von ich habe ihnen den hals abgeschnitten guter preis ja und er hat mir dann aber noch drei stück geschenkt ja und zwar aus dem hause europa einmal gänsehaut die will ich immer ganz witzig aber das ist tatsächlich was was ich irgendwie gefühlt nur einmal höre und dann meistens also ich vergesse sie dann ganz schnell die sind ja basierend auf dieser zeit auf dieser fernsehserie ich finde ganz witzig ist aber für mich nicht dieser kult den ich halt um die anderen hörspiele habe deswegen ist das ein witziges hörspiel über sie mich sehr sehr freut ich werde es auf jeden fall mal anhören ob ich es dann dauerhaft behalte weiß ich noch nicht mal gucken und dann hat er mir noch und da bin ich auch gespannt die habe ich glaube ich so auch noch nicht gehört oder ist das nur eine andere version also es gab ja noch ein pops gab ja noch diesen punky der war aber noch anders das ist pops hier kommt pops die kenne ich auch so gar nicht habe ich nie gehört ist auch nach meiner hörspielzeit meiner aktiven das erkennt man obwohl hier ist tatsächlich noch das kantige europa logo das heißt die sind sicherlich aus den frühen 90ern weg aber da war ich halt hörspieltechnisch gerade nicht mehr ganz auf der höhe habe ich nicht mehr so viel gehört andere sachen dann halt da ging es dann langsam los schon mit anderen reihen die ich dann interessant fand ja erwachsene da habe ich die kinderhörspiele nicht mehr ganz so gehört hat er mir auch noch mit dazu geschenkt da werde ich auf jeden fall auch mal reinhören bin ich auch sehr gespannt die kenne ich so auch noch gar nicht folge eins und folge fünf aber da sind glaube ich auch recht gute sprecher mit dabei wenn ich mich recht entsinne maria kramer nico kramer okay steffi krasso nee so heißt die familie reiner schmidt ist der erzähler und ja ich kenne die stimme jetzt nicht so das ist von 1989 also eigentlich schon relativ früh ist damals aber komplett an mir vorbei gegangen fand ich aber auch schön ein sehr liebes geschenk also mein lieber carsten das war sehr sehr schön wir haben uns dann ja auch zum kaffeetrinken verabredet haben dann den den handel sozusagen gemacht und haben dann eine ganze ganze weile gequatscht also wir haben uns wirklich zwei stunden oder so unterhalten über filme über hörspiele über hörspiel sprecher über die alten zeiten über actionfiguren wird er jetzt gar nicht so sammelt aber ist auf jeden fall sehr schön gewesen und das müssen wir auch wiederholen ja das kann man durchaus mal machen hat mir sehr viel spaß gemacht und ich freue mich auch immer wenn ich wieder leute treffe von euch ist immer schön so jetzt kommt der andere carsten ins spiel denn es war wie der flohmarkt und zwar ein flohmarkt den ich so nicht ohne weiteres erreichen kann ohne ein heidengeld für zuchtfahrten auszugeben und dementsprechend bin ich sehr dankbar dass ihr zumindest einer hat geschrieben beim letzten haul habe ich nämlich gesagt ihr müsst carsten überzeugen dass der bock hat mit mir da hin zu fahren und einer hat geschrieben hey carsten wir müssen da hin sonst wird das nix und das hat dann auch funktioniert nein das deswegen nicht carsten hatte sich schon vorher entschieden dass er mit mir da heute hin fährt also ich nehme das video jetzt direkt im anschluss auf ja also auch an dieser stelle mein lieber carsten der andere carsti vielen vielen dank nochmal es war wieder ein sehr sehr schöner tag heute haben wir wirklich lange also heute waren wir wirklich lange unterwegs aber warum das erzähle ich euch auch gleich noch wir haben auf jeden fall angekommen es war wieder ein hallen flohmarkt und diesmal war es eine halle weniger es ist uns sofort aufgefallen so warum ist da jetzt nichts naja gut sei es drum an einem der ersten stände habe ich den hier entdeckt in einer grabbel kiste und das ist ein wie ihr seht das schon ein autobot und das ist jetzt nicht der tollste transformer aller zeiten man sieht ja auch unten schon den kopf von dem transform eigentlich sieht man den ganzen transformer schon also das ist nur so arme raus beine raus und dann ist er fertig aber ja ich wollte ihn dann gerade wieder weglegen dann sagt sie das ding kosten euro und dann habe ich ihn mitgenommen ja ach so bei den anderen hörspielen haben wir das jetzt nicht gemacht weil die anderen hörspiele sind ja vom carsten gewesen die ich ihm abgekauft habe da werde ich das jetzt vermessen gefunden wenn ich hier unten verkaufspreise eingeblendet hätte das mache ich dann natürlich nicht aber das hier ist ja jetzt vom flohmarkt gekauft da werde ich jetzt natürlich unten immer einblenden wenn ich den dann gefunden habe was er dann gebracht hat oder was er bringen soll also meistens sind es die sold listings wenn es nicht die sold listings sind dann suche ich angebotspreise raus von kleinanzeigen oder auch von ebay selber damit ihr wisst was ihr für den bezahlen müsstet oder was ihr für den bekommen hättet wenn ihr ihn verkauft hätte so transformers du 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 obwohl das war eigentlich der zweite fund der allererste von der hier sind wir schon durcheinander geraten erst von 2018 von mattel standard card hot wheels ja und es ist einfach und zwar ist der von der dame diese ganz vielen tausenden kisten hat die hat also immer unzählige kisten mit figuren drin und ich habe diese kisten auch schon glaube ich unzählige male durchwühlt interessanterweise hat sie immer mal wieder kisten da die ich vorher noch nicht gesehen habe das war auch witzig weil als wir reingegangen sind in die halle hatte sie noch nicht alles aufgebaut aber als wir rausgegangen sind hatte sie dann alles auch da waren dann noch ein zwei kisten mit figuren mehr die ich vorher gar nicht gesehen hatte war jetzt aber nichts überragendes wichtiges es hätte noch ein paar gegeben die ich im zweifel hätte mitgeben mitnehmen können aber ich bin inzwischen auch an einem punkt angekommen wo ich tatsächlich nicht mehr unbedingt alles mit dem vor allem weiß ich dass sie meistens preislich ein bisschen über dem liegt was ich mache was ich möchte sie ist dann meistens im nachgang relativ freundlich wenn es darum geht dann doch die preise zu drücken wenn man ein bisschen mit ihr verhandelt und dann auch mal das augenzwinkern macht und lächelt dann passt das meistens aber es ist trotzdem ein bisschen zäh und man muss auch nicht alles immer mitnehmen aber den fand ich ziemlich cool der hat mir sehr sehr gut gefallen hier der fehlt mir auch noch ist zwar jetzt kein aufzieher also den kannst du nicht so aufziehen das ist einmal ganz normales card aber donkey kong geht immer finde ich super und für den wollte sie drei euro haben ich habe sie gefragt ob sie 2,50 macht sie hat gesagt ja macht sie also habe ich für den 2,50 bezahlt auch sehr cool dann sind wir rein in die halle und dann ging es los also heute ist ja hörspiel wer hörspiele mag ist hier heute richtig gut bedient aber ich habe auch einiges an figuren also nicht abschalten nur weil ihr sagt auch hörspiele aber wer sagt das schon also ganz ehrlich was ist mit euch nicht in ordnung hörspiele cool so kann sein dass das jetzt auch ein bisschen durcheinander ist ich habe an einem stand hörspiele entdeckt und zwar point widmark point widmark ist so wie ich das ist ganz witzig point widmark ist noch nicht ganz so alt obwohl inzwischen sind die auch schon 20 jahre alt oder so also 2005 oder so also sie haben schon die 20 jahre fast auf dem buckel und bei point widmark das sind die abenteuer wie ich mir die wie ich mir die drei fragezeichen heute wünschen würde ich weiß nicht ob ihr versteht was ich damit meine also die drei fragezeichen hatten damals in frühen zeiten ein eine ganz bestimmte art von fälle regelmäßig die waren spannend die hatten eine gute musik abmischung und waren insgesamt super stimmig und spätere fälle fühlten sich nicht mehr ganz so so schön an wie wie die alten das hat natürlich zum einen mit der nostalgie zu tun die dahinter steckt das hat auch zum anderen damit zu tun dass die ersten geschichten ja halt auch auf den amerikanischen büchern stück weit basieren und spätere geschichten da haben deutsche autoren für cosmos neue geschichten geschrieben die dann gefühlt ein bisschen anders waren sie waren länger sie waren auch teilweise eher wirklich kriminalfälle weniger mysteriös das ganze hatte weniger ein gruselfaktor und irgendwann habe ich bin ich auf point widmark gestoßen und ich empfand immer dass die drei jungs von point widmark wie die drei fragezeichen sein sollten sind ergibt das sind irgendwie versteht ihr was ich meine auf jeden fall sind diese hörspiele fantastisch die point widmark geschichten sind auch meistens so scooby doo geschichten mit halbwegs übersinnlichen geschichten das ganze spielt auch in demselben universum wie gabriel burns falls ihr das kennt auch eine tolle hörspielreihe gibt es glaube ich sogar ein crossover zwischendurch mal und da habe ich längst noch nicht alle ich finde die super super toll und er wollte dafür jeweils zwei euro haben also sechs ich habe gefragt ob das für fünf macht er sagt ja mache ich für fünf und dann hatte er die noch mit dabei und das ist halt eine die hat halt kein cover folge 15 und dann hat er mir die einfach noch mit dazu gepackt ja das heißt die habe ich dann für fünf gekauft 4 point widmark folgen eine ohne cover und dann hat er noch die hier liegen der wolf und von airwolf habe ich bis jetzt überhaupt gar keine folgen glaube ich habe ein paar ein paar nightrider folgen aber von airwolf habe ich gar keine das ist ja auch eine alte europa geschichte sozusagen und auch da ist das so dass sie nicht einfach die aufnahmen genommen haben von von der fernsehfolge sondern es gibt hier einen erzähler der dann halt auch sachen erzählt ich muss mir die mal anhören ich bin sehr gespannt wie sie sind und eigentlich wollte ich sie nicht mitnehmen na weil er wollte glaube ich 369 12 haben für die oder so ich bin mir gar nicht ganz sicher oder ich weiß gar nicht mehr wie war denn das preislich carsten wie war das preislich ich glaube er wollte drei euro pro stück haben oder so 369 12 und ich bin mir gar nicht sicher was ich bei ihnen bezahlt habe ich glaube ich habe auch ich habe 6 euro bezahlt oder ich habe doch nicht mehr als 6 euro bezahlt für die weil das ich war da nämlich am weggehen schon ich hatte die wieder hingelegt und war am weggehen und dann sagt er ja komm dann nimm sie doch für sechs mit und dann habe ich sie mitgenommen vier airwolf folgen für sechs ist ja ziemlich cool ich meine für sechs oder waren es acht keine ahnung ehrlich gesagt ich will da mal reinhören ich bin sehr gespannt ist in folge 1 2 3 und folge 11 irgendwie random aber so ist es nun mal und wenn mir die gefallen dann bleiben die hier wenn mir die nicht gefallen ist das mal tauschen material für andere hörspiele weil es gibt ja immer genug leute die auch mal hörspiele tauschen wollen und dann habe ich vielleicht mal was schönes falls mir das nicht so zusagt aber erst mal reinhören so dann ging es weiter da war jemand der hatte fünf freunde und der sagte er möchte pro cd von den fünf freunden drei euro haben und dann habe ich gesagt naja gut also eigentlich werden die online so für ein bis zwei euro gehandelt und das ist wahr also die fünf freunde kriegst du als cds gerade die höheren nummern super günstig da zahlt keiner viel viel geld für und die meisten flohmarkt dinger die ich dann habe sind tatsächlich auch für ein euro also wahrscheinlich werdet ihr hier unten jetzt auch keine höhere summe eingeblendet sehen aber meistens habe ich so ein euro bezahlt für die meisten manchmal 1,50 selten auch zwei er wollte drei dafür haben das wären ja dann neun euro gewesen habe ich gesagt das mache ich nicht ich sage gibst du mir die drei für sechs euro mit er hat gesagt ja machen wir und dann habe ich also sechs euro bezahlt für diese drei er meinte dann noch irgendwas von wegen ja wenn du sie online bestellst wer wer bringt die denn die brieftaube und bla und hat dann eine komische geschichte erzählt das ist mir dann egal ich weiß dass die teilweise dann natürlich mit versand mehr kosten aber du kriegst solche sachen auch immer gern mal im konvolut da zahlst du dann auch nicht mehr als zwei euro oder die werden im spar versand verschickt und dann auch nicht viel teurer also na für fünf ich sage das auch immer wieder für die fünf freunde cds geht bitte nicht zu viel aus die sind nicht so teuer meistens findet ihr immer leute die die für ein euro anbieten auf dem flohmarkt und gerade diese nummern hier das ist hier nummer 116 nummer 137 nummer 126 also da ist nichts zu verlangen für wenn ihr bis zwei euro geht so wie ich jetzt sechs euro insgesamt ist das in ordnung aber viel mehr nicht wenn ihr glück habt findet ihr sie sogar für ein euro danach habe ich was gefunden da dachte ich geil mich lächelte nämlich eine larry brand kassette an und zwar martosch der vampire und die habe ich natürlich schon und er hatte noch eine folge die habe ich natürlich auch schon gehabt und da habe ich weiter gebuddelt und dann sprach mich von rechts so ein typ an der wollte dann schon mitwühlen und ich so du ich bin hier gerade dabei ja kann ich denn mitgucken ich so ja du kannst gern mitgucken aber ich bin hier gerade dabei so der erzählte mir dann dass noch irgendjemand anders hörspiele von larry brand hätte und er hätte sie ja alle auf dem auf dem computer und er bräuchte die kassetten ja sowieso eigentlich nicht und dann habe ich gefragt was die kosten sollen den händler und der sagte zu mir zwei euro das stück dann wurde der plötzlich wieder hellhörig so und ich habe die zwei folgen die ich schon hatte für zwei euro das stück ich hätte sie mitnehmen können es wäre wieder tauschmaterial gewesen larry brand coole sache interessieren sich die leute für ich selber hätte gucken können ob ich vielleicht austausche aber ich habe sie erst mal beiseite gelegt und dann fragte er ob er sie haben kann dann würde er die vielleicht dann doch anfangen zu sammeln und habe ich gesagt ja dann nimm sie halt mit mein gott weil ich brauche sie ja nicht unbedingt und wenn er sich darüber freut dann soll er das auch tun ich habe dafür sie viel das rache geister gefunden das ist folge nummer 11 ist eine witzige folge ich mag das das von 1983 denn schocker ach so schön es ist es ist so schön es ist wirklich schön ich mag die wirklich sehr larry brand und die andere folge die er noch mit dabei hatte ist eine ton studio braun aufnahme von der fehler von john sinclair ja und das fand ich auch ziemlich gut john sinclair nehmen wir noch mit er hatte ansonsten noch die drei fragezeichen ganz ganz viele kassetten da war ich jetzt aber schon gut ausgestattet und habe da dann nicht zugegriffen da brauche ich leider dann was heißt leider ist ja gut wenn man das nicht mehr alles braucht aber da bin ich eigentlich so weit dass ich bei den kassetten gar nicht mehr so viel zugreife weil alles irgendwie ab einer gewissen folge sag ich mal ab der 29 da wird es dann langsam ein bisschen nicht mehr so dass ich sage ich muss sie unbedingt alle haben außerdem habe ich viele cds auch von daher aber bei john sinclair tonstudio braun aufnahmen da bin ich gerne immer noch mal mit dabei wenn sie nicht so teuer sind normalerweise wäre die für mich jetzt auch eher ein euro gewesen aber ich habe dann die zwei euro bezahlt habe also vier euro für diese beiden kassetten bezahlt larry brand machst du bei zwei euro definitiv nichts falsch so dann sind wir weitergegangen und jetzt wird es ein bisschen nebulös auch von der menge her da bin ich mir nicht ganz sicher das verstehe ich nicht ganz da muss ich gleich mal durchgucken wie sich das preislich entwickelt also ich hole das schon mal nach vorne es befand sich bei dem es war ein sehr sehr langer stand und es kann sein dass das jetzt auch nicht ganz so richtig ist wie es gleich erzähle also kann sein dass karsten da andere erinnerungen hat weil das hat geht geht sich nicht aus das haut nicht ganz hin ich muss gleich mal gucken also ich denke so ist richtig aber dann weiß ich nicht wo die her kam wann ich die gekauft habe also keine ahnung da bin ich jetzt gerade echt überfragt egal es war auf jeden fall jemand der hatte eine kiste da mit ganz vielen großen benjamin blümchen figuren und da habe ich tatsächlich zwei davon stehen oder drei sogar und da war ich echt am überlegen ob ich dabei erweitern soll weil er wollte drei euro pro figur haben das fand ich eigentlich fair das fand ich eigentlich fair aber dann dachte ich mir so ja aber du sammelst die nicht unbedingt du bist nicht der größte benjamin fan und warum solltest du dir die figuren hinstellen wenn du den gar also ich finde die figuren zwar cool aber irgendwie und dann wieder für drei euro und es waren wirklich viele da hätte ich halt auch nicht geld bezahlt zwischendrin lag aber effle effle von färdele und effle auch so kleine figuren die ich damals nie kannte habe ich nie gesehen und man findet immer färdele aber man findet nie effle und da habe ich gefragt was er für haben will also zwei euro wollte er für den effle haben so ich habe am ende gebündelt 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 haben bundelpreis gemacht aber er wollte hierfür zwei euro haben so am ende habe ich wahrscheinlich ein bisschen weniger dafür bezahlt aber so dann hatten wir diese menge hier an kassetten wobei das ich habe ehrlich gesagt keine ahnung wie das wie das genau aufgeht vorher hat er mir noch was anderes in die hand gehalten bzw habe ich noch was anderes am stand entdeckt das zeige ich euch aber gleich wir gehen erst mal auf die kassetten ein und zwar haben wir und da wollte er auch für jede zwei haben und ich habe hier zwei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus den effle und für jede wollte er zwei euro haben wenn er 20 gewesen richtig ja 20 so ich bin bei drei kassetten nicht sicher wo sie herkommen wie sie bezahlt wurden bei der meinte er glaube ich die nimmst du noch mit dazu die lege ich dir noch oben drauf irgendwie frage mich nicht liebe die der teufel schenkt aber ich habe ja auch noch zwei regina regenbogen wo ich nicht weiß wo die genau her sind ob die von dem nächsten stand sind das haut aber dann preislich nicht mehr hin frage mich nicht kommen wir gleich zurück ich nehme erst mal die wo ich sicher bin dass ich sie von da habe also es ist halt das effle dann haben wir hier alle möglichen folgen von rätsel ehnet bleiben rätsel um den geheimen hafen die grüne hand die verbotene höhle rätsel um den tiefen keller und rätsel um die falsch münzer das sind die rätsel kassetten dafür habe ich sie so ungefähr um die zwei euro bezahlt ja und die rätsel kassetten sind jetzt eine reihe die ich wahrscheinlich fast vollständig habe sind sehr sehr schöne jugend und kinder hörspiele die ich immer wieder gerne höre sie sind zur richtigen zeit rausgekommen das stimmt halt einfach alles die könnt ihr euch so vorstellen wie die alten fünf freunde kassetten so sind die ungefähr drauf da habe ich mich also schon mal sehr gefreut und dann hatte er noch einige obskuritäten mit dabei und da musste ich auch zugreifen denn die kriegt man tatsächlich nicht mehr ganz so oft er hätte auch noch da gehabt den ein oder anderen jan tenner er hätte auch noch regina regenbogen da gehabt aber keine einzige folge die mir fehlte und noch so ein zwei andere sachen flitze feuerzahn und so geschichten ganz ganz viel dann war dazwischen drin zeitreisende voyagers das ist auch so ein ding wo ich sage moment mal die sieht man nie diese kassetten die sieht man einfach nie und die ist an einem also perfektesten zustand besser geht es gar nicht ich weiß nicht von wann sie ist von wann ist sie 1982 wow ja und wirklich die sieht wirklich aus wie geleckt wahrscheinlich gehört hier aber eine andere andere hülle dran weil das wird eigentlich normalerweise eine rote kassette gewesen sein also eine rote hülle halt zeitreisende voyagers ich bin super gespannt und das ist auch witzig weil in den hauptrollen die originalsprecher der deutschen tv serie das bedeutet das ist auch wieder eine komplette neuaufnahme wer sind denn da die sprecher gerrit schmidt voss der gute alte gerrit schmidt voss ihr kennt ihn ihr liebt ihn als stimme von leonardo di caprio dann haben wir dabei preta passetti über den habe ich vorhin schon geredet das brauchen wir nicht noch mal wiederholen boris tessmann das kommt mir auch sehr bekannt vor es sind auf jeden fall wieder mal genau die richtigen leute dabei die dieses hörspiel wahrscheinlich zu einem absoluten hörgenuss machen werden ich bin sehr sehr gespannt ich habe es noch nicht gehört freue ich mich auch richtig drüber so auch für die jeweils zwei euro so dann auch eine hörspielreihe die inzwischen wirklich sehr gefragt ist und hier auch ein bisschen angefressen ist die james bond hörspiele die sind auch total cool ganz ehrlich also die kann ich wirklich unangeschränkt empfehlen die machen richtig spaß und auch das sind tatsächlich nicht die aufnahmen die ihr einfach aus dem film kennt sondern das sind auch noch mal eigene aufnahmen irgendwie das ganze wird dann das ist ja auch interessant hier einfach so ein meter langer text da kannst du gar nichts genau lesen na und hier steht original film soundtrack in hörspiel bearbeitung so einen trockenen hals leute ich habe so viel geredet heute schon mit dem karsten dem casti auf jeden fall im auftrag ihrer majestät folge nummer 6 wenn ihr die mal findet für einen guten preis nehmt sie einfach mit da macht ihr nichts falsch und dann noch eine andere obskurität wo ich auch sagt geil das muss da musste ich mal da bin da bin ich auch sehr gespannt also die basieren so ein stück weit auf der kug fu fernsehserie ich will bescheid folge eins und folge zwei von kong fu habe ich so auch noch nicht gehabt ist als europa hörspiel musste ich mitnehmen auch jeweils zwei euro so dann wäre ja bei zwei 4 6 8 10 12 14 16 18 mit dem 20, ja damit war ich schon mal einverstanden und doch, ich glaube, die sind auch von ihm ich glaube, die sind auch von ihm das muss so sein, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin aber ich weiß, dass ich bei ihnen Folgen rausgezupft habe wir haben Folge 21 von Regina Regenbogen ja wir haben Liebe, die der Teufel schenkt von Tonstudio Braun von John Sinclair, hier ist zum Beispiel eine Hülle dabei die garantiert nicht dazu gehört das tausche ich vielleicht nachher nochmal aus weil die Tonstudio Braun Kassetten hatten eigentlich alle grüne Hüllen ja das passt definitiv nicht, hat die andere dann eine grüne Hülle von Tonstudio Braun, die ich hier habe ich weiß gerade nicht, doch, ne, eine schwarze schwarze Hülle da finde ich schon irgendeine Möglichkeit, das tausche ich mir irgendwann aus das ist gar kein Problem, das soll ja auch richtig aussehen ja ich kenne die Folge nicht, ich weiß nicht welche das ist ich weiß nicht, ob das eine Mehrfachfolge ist, es klingt irgendwie auch so als wäre es eine Folge, die ein bisschen komisch ist aber gut, sei es drum und wir haben hier noch Regina Regenbogen Folge Nummer 8 damit bin ich dann auch ein bisschen weiter in meiner Regina Regenbogen Sammlung das Blöde ist, das passt da schon alles gar nicht mehr hin ich weiß gar nicht, warum ich eine Regina Regenbogen Sammlung habe hat sich einfach so ergeben auf jeden Fall war die dann auch noch mit dabei und das passte dann so weil ich habe trotzdem 20 Euro für diesen Pult bezahlt denn ich habe den halt noch mit dazu gekauft so gesehen Extreme Dinosaurs hier fehlen die Flügel also der ist nicht vollständig hier fehlen definitiv die Flügel ich finde der sieht aber auch so ziemlich cool aus und wenn ich Extreme Dinosaurs auf dem Flohmarkt finde dann siehst du mich grinsen und mich erfreuen an den Dingen, die da sind der ist in einem relativ guten Zustand mal davon abgesehen, dass die Flügel fehlen und ja, er wollte für den einen 10er haben ich habe insgesamt für alles zusammen 30 bezahlt das heißt, wenn ihr jetzt rechnet, dass die eigentlich 2 Euro kosten also 2, 4, 6 Euro ja, dann hat der nur noch 4 gekostet wenn ihr sagt, dass ich die 3 Hörspiele umsonst bekommen habe dann hat der einen 10er gekostet damit bin ich auf jeden Fall einverstanden für einen 10er ich wollte ihn auf 8 runterhandeln ich so, 8 oder was machst du 8? und dann habe ich die Hörspiele gesehen und dann habe ich gesagt komm, jetzt mach mir mal einen Bundle Price einen Bundle Price ja, und dann hat er gebündelt und dann habe ich gesagt ja komm, dann machst du 30 und dann habe ich ihm die 30 gegeben oder habe ich ihm nur 20 gegeben ich glaube, dann habe ich ihn betrogen nein, er hat 30 gekriegt 30 hat er auf jeden Fall gekriegt und das ist mir das wert jetzt habe ich aber ein großes Problem da ist mein Fach für die Figuren das ist voll der passt da nicht mehr rein was machen wir denn da jetzt? also ich kann die Street Sharks noch von den Dinosaurs trennen aber dann habe ich wieder das Problem dass ich an anderer Stelle nicht genug Platz habe was mache ich denn jetzt? habt ihr eine Lösung für mich? ich brauche jetzt entweder noch ein paar neue Extreme Dinosaurs oder Street Sharks damit das wieder aufgeht aber das hat mich sehr erfreut sowas zu finden ist selten es hat niemand vor mir weggekauft hat mich sehr gefreut hat mich sehr gefreut ich habe mich gefreut habe ich mich ja nicht so standhaft dann ging es weiter und jetzt kommen wieder so richtig krasse Sachen wir sind an einem Stand vorbeigekommen den ich letztes Mal da auch schon gesehen hatte und der hat ohne Ende krasses altes Zeug Vintage Figuren er hat alles mögliche an Vintage Zeug da kleine Gummifiguren verschiedene alte er hat eine alte E.T. Plüschfigur da gehabt er hat Galaxy Warriors Figuren gehabt er hat eine eingeschweißte Turtles Tortoise Figur also ein Bootleg die sind momentan tatsächlich bei den Bootlegs ist es so dass die Amis und auch Leute aus Belgien und Co dass die jetzt momentan auch diese Bootleg Figuren abfahren dass keine Ahnung warum das so ist und die Galaxy Warriors das war ja was offizielles und Galaxy Fighters diese Geschichte wo sie die He-Man Figuren im Prinzip nachgemacht haben in etwas anderer Form und da gab es ja ganz ganz viele Sublines das ist ein riesengroßes Ding wo es dann auch später Turtles Figuren gab und andere Sachen die dann auch in diese Linen gehörten völlig irre und da hat er so ein Reittier von gehabt das fand ich auch ziemlich geil aber dann Zwanni für haben ich denke es ist ein fairer Preis ich brauche das aber nicht von daher habe ich es dann liegen gelassen und viele viele andere Sachen so Mickey Mouse Geschichten und der hatte dann tatsächlich mich erkannt und sagte hey hast du nicht letztes Mal nach Action Figuren gefragt ich so ja habe ich ja habe ich diesmal ganz ganz viel mit dann hatte er einiges an Star Wars da auf roter Karte auf grüner Karte die klassischen Dinger die man da kennt vom Ende der 90er Jahre weg und von Anfang der 90er Jahre weg also in den 90s kamen die halt und dann hat er eine Kiste gehabt da habe ich dann richtig durchgewühlt und das erste was mir da ins Auge fiel war er und ich gebe zu ich wusste nicht wozu der gehört ich fand den nur affengeil ja affengeile Figur Mami's Alive eine Mami's Alive Figur ja und so gesehen habe ich für diese Figur für diese Figur 3,30 Euro bezahlt ja das ist ein bisschen krumm weil ich habe eine Gesamtsumme wieder bezahlt für mehrere Sachen aber ich sage es jetzt einfach mal so damit ich den Preis einblenden kann 3,30 Euro für eine Mami's Alive Figur und das ist wahrscheinlich eine der coolsten Mami's Alive Figuren die ich je gesehen habe der gefällt mir richtig gut der ist richtig genial da gehört normalerweise noch so ein Schlangenstab mit dazu und noch irgendwie so ein kleines Mini-Teil das ist jetzt nicht mit dabei aber diese Figur ist der absolute Wahnsinn ich feiere den gerade voll könnte eine meiner neuen Favorite Figuren sein ich weiß noch nicht was ich damit machen soll ob der in die Sammlung kommt oder nicht mal schauen dann hatte er in der Kiste diese Figur hier liegen ein unscharfer Zombie der nicht scharf werden will werde mal scharf Junge er will den Zombie nicht scharf schalten warum oh vielleicht ist er schon scharf ich kann es noch nicht erkennen naja er ist auf jeden Fall ein Zombie aus der Resident Evil Reihe aus der alten Figuren Reihe von Capcom damals sozusagen also die Figuren Reihe war nicht von Capcom aber das Spiel ist ja von Capcom ich weiß gar nicht wer die Figuren damals gemacht hat das war auch irgendeine Firma die so wahnsinnig viel nicht gemacht hat und man sieht das auch schon das ist halt es ist halt minimal Beweglichkeit allein dass die Kniegelenke haben finde ich schon witzig weil sie nicht mal Ellbogengelenke haben und der Arm einfach so absteht also du hast halt wirklich ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Point of Articulation kann man machen es ist eine Figur die ich tatsächlich witzig finde ich habe ja einen ganzen Schwung Resident Evil Figuren einen Untoten mehr zu haben kann nicht schaden der wird dann aber tatsächlich auch mit in der Tüte landen die werden demnächst dann tatsächlich verkauft aber so habe ich einen mehr dabei das finde ich auch nicht schlecht für den habe ich so gesehen auch 3,30 Euro bezahlt ja und es ist ein sehr schöner Untoter aus der Resident Evil Figuren Reihe gefällt mir auch sehr sehr gut ja und dann haben wir eine Figur da wusste ich erst gar nicht wer das ist obwohl in dem Moment wo ich es dann nachgeguckt habe war es instant klar wer das ist na wisst ihr wer das ist? genau das ist eine Figur von Metal Gear Solid die hat auch so gut wie gar keine Artikulation das ist einfach Arme Beine und Kopf und ich weiß auch nicht ob die überhaupt stehen kann der Bursche aber ich fand den richtig geil von der Optik her und zum Metal Gear Solid sag ich doch auch nicht nee oder? genau Metal Gear Solid ich weiß nicht ob das immer ich sehe das immer so schlecht ob das scharf wird meine Augen sind so schlecht geworden aber wenn ich so lange mein Gesicht scharf ist wird die Figur nicht scharf ich habe das auch schon ganz oft in letzter Zeit festgestellt ich halte die Figur dann ins Bild und in dem Moment wo es scharf wird nehme ich sie dann weg ja es tut mir dann auch immer sehr leid aber ja Metal Gear Solid Figuren wer denkt denn an sowas? die habe ich aber auch mitgenommen auch für die habe ich sozusagen 3,30 Euro bezahlt jetzt frisst gerade mein Extreme Dinosaur den Kopf von dem von dem Zombie was ist da bloß los? also für die Figuren war schon mal gesorgt das fand ich auch ziemlich geil da habe ich auch wirklich drüber gefreut und genau an dem Stand ihr erinnert euch vorhin dass da jemand erzählt hat dass da an dem anderen Stand auch noch Larry Brand Kassetten sind und er wollte dann da unbedingt hin und die einfach mal kaufen als ich da war hat er die noch nicht gekauft gehabt sie waren immer noch da obwohl er direkt in die Richtung abgezischt war der stand dann wohl auch noch mal neben mir hat mir der Carsten dann erzählt er stand dann schon mal wieder neben mir und hat wieder mitgeguckt wo ich mir denke was will der denn jetzt hier eigentlich was will der von mir soll es weggehen der Bursche wir haben also noch mehr Larry Brand und zwar haben wir eine wunderbare Folge das Grauen von Blackwood Castle in der alten Aufnahme richtig geil das Grauen von Blackwood Castle man kann die auch alle momentan auf Amazon Music und so hören aber in den neuen Versionen nicht in diesen alten Versionen und die sind einfach viel schöner dann eine Folge die ich damals als Kind furchtsam fand auch nur wegen des Covers man war halt jung und die immer eine meiner Lieblingsfolgen waren der Dämon mit den toten Augen eine tolle Folge mit dieser Maske die sie aufsetzen müssen und dann die Jenseitskutsche von Diabolos die fand ich tatsächlich immer ein bisschen so mittelmäßig aber die ist mir auch ins Herz gewachsen inzwischen auch die in der alten Auflage sehr sehr schön ja und dann allerdings in der Neubearbeitung also das ist nicht mehr die alte Version was natürlich ein bisschen schade ist weil die alte Version natürlich viel krasser ist ich find's auch geil wie sie das vermarkten so von wegen Neubearbeitung als wenn das irgendwas Gutes wäre diese Version ist hart geschnitten und das sind dann auch eher diese Rückkehr der Klassikergeschichten wo das eben auch schon andere Musik hatte es ist halt schon eine neuere jetzt werden viele viele Puristen sagen warum kaufst du dir diesen Dreck warum nicht warum nicht ich weiß wie die Folge im Original ist ja da fehlt ein bisschen was ich kann sie auch so genießen nicht ganz so gut weil die Musik natürlich ausgetauscht wurde aber dann hab ich sie erstmal und vielleicht findet man ja irgendwann nochmal die originale Version und ich mag das auch dass hier noch dieser Sticker drauf ist Hörspiel für Erwachsene ich find so ein paar Sachen sind immer ganz witzig und wer wirklich Komplettist ist braucht eh alles ja so ich hatte ja für die Action Chicuan zusammen 10 Euro bezahlt und ich hatte ihn gefragt was er dann oh die ist auch richtig ausgeblichen hier was er dann für die hier haben will und ja ich hab am Ende für alles 22 Euro bezahlt das heißt 3, 6, 9, 12 ich hab jeweils 3 Euro pro Folge bezahlt bei dem anderen Stand hatte ich für Larry Brandt noch 2 Euro bezahlt hier waren es 3 bin ich mit einverstanden das ist in Ordnung na und so ist meine Larry Brandt Sammlung auch mal ein bisschen vollständiger das find ich auch sehr sehr gut muss sein immer neue also wirklich Hörspiel lastig diesmal sondergleichen und das Problem ist ich hab wirklich gar keinen Platz mehr gar nicht das ist nicht in Worte zu fassen wie wenig Platz ich da für Hörspiele hab aktuell ich weiß nicht wie ich das machen soll keine Ahnung das wird auch noch ein riesen Problem ich muss wirklich neuen Regalspace freimachen oder ich muss anfangen die irgendwo neben zu stapeln das geht aber auch nicht mehr Zeug verkaufen ne ja ich glaub so weit ist es bald dann gab es wieder eine dieser Grabbelkisten am Fußboden und ich sag euch das selbst wenn die Grabbelkiste im ersten Moment so aussieht als wenn sie vielleicht nichts für euch drin hat wenn ihr merkt dass da ältere Figuren drin sind oder dass die Leute die das verkaufen älteren Semesters sind guckt in diese Kiste denn mich lächelte ein Matt Tracker an Matt Tracker ein nicht scharf werden wollen Matt Tracker Matt Tracker natürlich ohne Maske klar keine Frage natürlich bisschen verblichen aber es ist einfach eine Mask Figur und momentan hab ich Glück und finde immer wieder auf Flomecken Mask Figuren und das auch noch zu guten Preisen ich hab da noch zwei andere Sachen gefunden und da kommt mein lieber guter Freund Rudi wieder ins Spiel wobei ich nicht weiß ob er den nicht vielleicht schon hat und wo kommt denn dieses Katzenhaar her ich hoffe das ist eins von meiner Katze und dieses Viech hier den ich auch irgendwie cool fand ich weiß gar nicht ob der zur selben Reihe gehört aber das ist so ein durchsichtiger mit so einem Monster mäßig wie so ein Murloc und der andere ist ein bisschen größer das sind halt wieder diese Gormiti Figuren Gormiti Figuren zwei Stück und Matt Tracker und ich hab ihn gefragt was willst du haben für die drei meistens ist es so wenn ich dann nur die hoch halte dann sagt er vielleicht einen höheren Preis weil er dann vielleicht denkt oh das ist was besonderes wenn man so mehrere Figuren zeigt dann geht die vielleicht so ein bisschen unter ist auch so ein kleiner Trick aber die waren sowieso so drauf drei Euro habe ich bezahlt für alle drei also da bin ich die drei Euro jeweils ein Euro das ist super super da freue ich mich und hier habe ich auch nochmal zwei für den Rudi mit dabei da freut er sich hoffentlich auch und ich freue mich über einen weiteren Matt Tracker ist jetzt schon mein zweiter Matt Tracker der sieht auch nicht so ganz so schick mehr aus der hat schon bessere Zeiten gesehen aber eine Mask Figur für einen Euro wer die nicht mitnimmt tja Kontrolle verloren über alles dann gab es wieder einen lustigen Stand an dem mal wieder Alf aufgetaucht ist leider war die nette Dame mit der großen Tüte und mit den ganzen Alf Figuren leider nicht mehr da das heißt leider 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 keine neuen Alf Figuren die ich weitergeben kann dafür habe ich aber diese Alf Figur die ein bisschen bessere Zeiten gesehen hat aber es ist halt einfach der Alf den ich auch in meiner Jugendzeit hatte mit der Gitarre und er sagt ihr Moment mal Mike du hast letzten den Alf mit der Gitarre gezeigt du hast den Alf mit der Gitarre nein ich habe diesen Alf mit der Gitarre nicht denn ich habe den Alf mit dem Stirnband es gibt diesen Gitarrenalf einmal mit Stirnband und einmal ohne und das ist die ohne das heißt den habe ich so noch nicht der ist soweit in einem guten Zustand bis auf unter den Füßen da sieht der richtig abgeranzt aus so ein bisschen als wenn da einer dann rumgeschabt hat aber ansonsten sieht der wirklich gut aus auch das Alf Gesicht ist gut bemalt das ist auch ganz oft ein Problem das Alf vom Gesicht her nicht besonders gut bemalt ist hier geht das aber klar ich bin damit einverstanden ich bin damit zufrieden ich weiß gar nicht was ich bezahlt habe ich glaube am Ende zwei Euro zwei Euro für Alf das nehmen wir mit ich glaube sie sagte drei oder so und ich habe gefragt ob zwei okay ist und sie hat gesagt ja also habe ich den Alf für zwei Euro mitgenommen fand ich auch sehr gut dann ging es weiter dann gab es Sesamstraße jawohl und auch eine Figur die ich als Kind besessen habe das war eine einsame Figur die ganz einzeln und verlassen an einem Stand stand wo sonst glaube ich sowas gar nicht stand die stand in so einem Kelch und sah aus als wäre sie beleuchtet weil von oben das Licht reinschien fand ich schön das war wie so eine Quest Kekse ja das Krümelmonster ein sehr sehr schöner Charakter der sich sehr gut in meine Sesamstraßensammlung da oben einfügen wird die noch sehr viel größer hätte werden können wenn ich gleich bei dem nächsten Stand richtig zugegriffen hätte aber da waren mir die Figuren teilweise zu abgenutzt und ich bin nicht bereit gewesen mehr als viel Geld zu nicht mehr als viel Geld ist egal der hat mich einen Euro gekostet das war gleich der erste Preis den er aufgerufen hat da habe ich nicht gehandelt aber wie gesagt für einen Euro nehme ich das Krümelmonster auf jeden Fall mit dann wie sollte es anders sein an einem weiteren Stand gab es Figuren da war derjenige der die Figuren verkauft hat aber gar nicht da sondern nur seine Kumpanen und die haben die Figuren dann einfach zu anderen Preisen verkauft als die die er aufgerufen hätte aber das ist ja nicht mein Problem ja wir haben hier einfach ja der Schrift auf dem Po warum wir haben hier einfach Grobi Grobi passt auch nicht ganz zu den anderen Figuren weil er ist etwas zu groß Grobi dürfte eigentlich nicht so groß sein aber Grobi sieht fantastisch aus Grobi sollte eigentlich drei Euro kosten ähm oder ne mindestens zwei aber der Typ hat gesagt gib mir einen Euro weil der der Hauptmensch der ja eigentlich der Verkäufer ist der war ja nicht da und der andere hat gesagt ja gib mir einfach einen Euro und schon hatte ich Grobi für einen Euro fand ich gut ich hätte da auch noch Bert kriegen können dann eins von den Mädels von den ähm Figuren von Sesamstraße die ist immer in so Clips mit vorgekommen ähm er hätte noch Grover da gehabt also hier Oscar aus der Mülltonne ne das ist ja Grover ähm Oscar aus der Mülltonne wäre noch dabei gewesen äh und noch so ein zwei andere Sachen und unter anderem auch ein Krümelmonster aber nicht in diesem Zustand für Grobi für einen Euro nehme ich mit auch wenn der ein bisschen zu groß ist aber der sieht super aus gefällt mir richtig gut so dann haben wir die nette Dame wieder getroffen wo ich letzte Woche die Wrestling Figuren gekauft habe und ihr erinnert euch dass ich euch die Geschichte erzählt hab dass sie die Kiste für einen Zehner verkauft hat an jemand anderen wo ich schon ein bisschen böse war weil ich nicht geahnt hatte dass sie da so billig ist weil bei den anderen Sachen war sie eben nicht so billig ja und der hatte ja nach dem nach dem Pantor gefragt in dem guten Zustand und den wollte er ja nicht partout nicht kaufen für das Geld na gut ich war ja zu dem Zeitpunkt noch am Stand und hatte sie so ein bisschen beraten ich hab allerdings nicht gesagt ja ich hab nicht gesagt der ist so und so viel wert das hab ich ihr vorher mal gesagt aber sie meinte ja was meinst du dann hab ich gesagt ich halt mich da raus aber trotzdem ist er dann gegangen und hat den dann nicht genommen ist dann ja wieder gekommen nachdem ich weg war und hat dann die Turtles Figuren tatsächlich gekauft dann den Pantor immer noch stehen gelassen so dann bin ich ja wieder da gewesen dann hat sie mir das erzählt dass er wieder da war was meint ihr was sie mir heute erzählt hat der war nämlich nochmal da jawohl der war nochmal da und hat dann den Pantor mitgenommen und zwar zu dem Preis den sie dafür aufgerufen hat weil der auch gut war na der war nicht toll aber der war so gut dass man den teurer hätte weiterverkaufen können oder wenn man sich den selber in die Sammlung stellen will dass man da einen normalen guten Preis bezahlt hat der günstiger ist als das was man online bezahlen will und da ist man dann ja auch einverstanden mit ansonsten hatte sie wohl nicht so wahnsinnig viel verkauft sie hatte immer noch den Baxter Stockman da für den 10er den wollte sie mir auch partout wieder andrehen genauso wie den Rocksteady Rocksteady ja genau wollte sie mir auch unbedingt wieder anbieten dann meinte ich so ich brauch bei dem Rocksteady nur das Zubehör und sie so ja was willst du denn für das Zubehör bezahlen oder willst du lieber gleich die ganze Figur für den 10er nehm ich so nein ich sag außerdem machst du das nicht verkaufst jetzt nicht das Zubehör einzeln das machst du nicht das machen wir nicht verkauf die ganze Figur weil sonst ist das viel mehr wert so für dich und sie sind ja gut dann nicht so ich hab aber ein paar Wrestler mitgenommen und zwar zum einen ähm hatte ich ja letztes Mal schon erzählt dass da die Bushwreckers dabei waren hatte ich das erzählt dass noch ein paar mehr dabei waren auf jeden Fall waren die Bushwreckers mit dabei und da hat mich jemand angeschrieben und gesagt hey die Bushwreckers da hab ich Bock drauf ähm die sehen ja witzig aus würdest du mir die mitbringen und ich so ja ich kann aber nicht versprechen dass sie wieder 7,50 Euro pro Figur macht kann ich nicht versprechen weiß ich nicht hat sie auch so gesehen nicht ähm oder was hab ich denn jetzt bezahlt ähm 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 8 16 also ich hab diesmal knapp über 8 bezahlt also bin nicht ganz so günstig weggekommen wie beim letzten Mal na aber na jeweils 8 pro Bushwrecker das ist glaube ich echt cool na ist das beides mal der gleiche ne ne hätte ich jetzt kurz mal gedacht dass das beides mal die gleichen sind weil äh da gibt es auch mehrere von mehrere Varianten aber nein das sind die beiden auf jeden Fall ne knapp über 8 muss ich nochmal genau ausrechnen ne die sind dann die sind dann für dich mein Lieber ne ich hoffe du nimmst die dann auch wirklich weil sonst wäre ich es ein bisschen schade finden na das sind dann äh na etwas über 16 Euro auf jeden Fall also müssen wir mal gucken na äh wie ich das dann auseinanderrechne weil ich hab insgesamt 25 bezahlt für 3 Stück na da hab ich dann auch gesagt ja das ist dann okay und ich habe den ich letztes Mal liegen gelassen habe äh wo ich mich dann im Nachhinein irgendwie drüber geärgert habe ich hab Mr. Perfect noch mitgenommen für mich einer der tollsten Wrestler aller Zeiten ich fand den immer geil ich hab den immer bewundert irgendwie ich weiß auch nicht ich mochte seine Attitude äh Mr. Perfect hat mir immer irgendwie gut gefallen keine Ahnung und äh von daher musste ich den jetzt mal mitnehmen ähm der kommt auch mit in die kleine Sammlung rein und Mr. Perfect halt Mr. Perfect mega geil im gelben Outfit ich glaub den gab's später nochmal in einem blauen Outfit also ihn auch den den Wrestler der ist ja damals im blauen Outfit war ich einverstanden mit also gut und gerne knapp 8 Euro für den und der kommt halt jetzt mit in die Sammlung ähm ich glaub ich baue mir jetzt eine kleine Sammlung auf mit den Wrestlern die ich von damals besonders geil fand so ich hab ja einen Ultimate Warrior den ich auch teuer verkaufen könnte weil der irgendwie 40 Euro wert ist habt ihr ja letztes Mal gesehen ich hab jetzt einen Hulk Hogan ich bräuchte jetzt theoretisch noch einen Undertaker äh ein Yokozuna wär ganz geil aber ich glaub die sind auch teuer ähm Mr. Perfect hab ich nun ähm und dann gibt's auch noch so ein, zwei andere die ich irgendwie geil fand wo ich sag da hätte ich schon Bock drauf ein Razer Ramon zum Beispiel oder ein Diesel oder sowas ähm das wär dann absolut in Ordnung so und der letzte Fund so und der letzte Fund an diesem auf diesem Flohmarkt ist tatsächlich der hier ähm ich weiß gar nicht was der kann der kann auch irgendwas ähm obwohl hier ist irgendwas abgeschnitten keine Ahnung was hier abgeschnitten ist aber ähm das ist an sich auch nicht schlimm ich hoffe das ist so schlimm kann natürlich sein dass das eine Spieluhr war dann wäre es natürlich blöd wenn das abgeschnitten ist weil hier gehört irgendwo noch eine Batterie rein kann auch sein dass der irgendwie auf äh irgendwas keine Ahnung es ist eine kleine McDonalds Figur so äh so ein Happy Meal und die nehme ich eigentlich auch immer mit na da freut sich zum einen der Rudi wenn ich ihm die mitbringe ist auch ausgeschaltet was passiert wenn ich das anschalte kann da noch was ne Batterie ist alle doch nicht funktioniert noch geil oder da lachte ich doch das Happy Meal das Happy Meal muss lachen aber so eine fiese Lache das ist eine miese Nummer funktioniert noch ähm eigentlich hatte er das in der Kiste liegen wo er für drei Figuren einen Euro wollte ich habe aber keine drei Figuren gefunden irgendwie gab es nur diese eine Figur die mich interessiert hat ich habe gesagt gibst du mir die für 50 Cent mit er sagt ja mach ich und dann habe ich die Vereine für 50 Cent mitgenommen das ist in Ordnung ja ein Happy Meal für 50 Cent wo kann man das schon noch kriegen so und dann sind wir übermütig geworden weil das war nämlich das Ende dieses Flohmarktes und es war dann irgendwie kurz vor elf vor mir das oder so und dann habe ich Carsti gefragt ich sage Carsti was ist denn was machen wir denn jetzt wollen wir jetzt was essen fahren er so ja weiß ich nicht oder wollen wir noch einen anderen Flohmarkt wir sind jetzt unterwegs wir können woanders hinfahren ich so ne weiß ich nicht ich kenne die anderen Flohmärkte nicht ich weiß nicht ich weiß nicht wo welche sind dann haben wir mal geguckt wo noch welche sind und wir haben dann tatsächlich einen gefunden der knapp bei Hamburg war knapp bei Hamburg und das war dann schon eine ziemliche Strecke zum Fahren und wir hatten auch Spaß wir haben uns lustig unterhalten und so es war wie immer toll na und wir sind dann da angekommen das war einfach total kacke der Flohmarkt war voll versteht mich nicht falsch aber das ist genau einer von den Flohmärkten die ihr in den Kommentaren immer erwähnt wo ihr sagt ich bin auch im Flohmarkt gewesen aber was du da immer alles findest nichts davon genauso war es da auch es war einfach ein Flohmarkt mit einem Haufen von nichts es gab Eldrador Figuren ohne Ende da hättet ihr euch kaputt machen können mit Tiere von Schleich ohne Ende da hättet ihr euch kaputt machen können mit es gab auch ein paar Hörspiele aber nichts was ich noch brauchte es war einfach nichts zu holen viel Babykram viel also auch an Spielzeug Paw Patrol und so die Geschichten ganz ganz viel 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 Playmobil und so aktuellere Lego Sets waren mit dabei ähm viel 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 Trödel 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 Werkzeug hättet ihr kaufen können und noch jede Menge mehr Trödel es war einfach eine Katastrophe also ich bin von Gang zu Gang trauriger geworden weil ich dachte das gibt's doch gar nicht wie kann das so ein Kontrastprogramm sein ihr seht was ich hier vom ersten Flohmärkten geholt habe das ist richtig richtig genial und dann gehst du auf den nächsten und denkst dir ja vielleicht ist ja irgendwas und es ist einfach gar nichts am letzten Stand an dem ich noch geguckt habe gab es einen Duffy Duck von Burger King mit so ausfahrbaren Flügeln als Batman den fand ich noch ganz witzig aber dann dachte ich mir oh nö irgendwie ach ich weiß nicht und dann hatten sie äh relativ neue Versionen von 2019 von Buzz Lightyear und von Zorc auch größere Figuren und Porzeninchen ähm für den Zorc wollten sie 8 Euro haben für den Buzz Lightyear haben sie leider keinen Preis genannt aber der hatte auch schon die Knöpfe waren alle abgenutzt und die äh die Kuppel fehlte vom Kopf ähm und er war auch ein bisschen größer aber war halt einer der nix konnte also keiner der Knöpfe hätte irgendeine Funktion gehabt und der Zorc war auch sehr abgenutzt für den wollte sie 8 Euro haben ich hab dann drunter geguckt ja 2019 hab gesagt nee komm nee und ich wollte da auch nicht aus Frust irgendwas mitnehmen ja ähm hab ich dann liegen gelassen alle Sachen hab gesagt nee komm ich verhandel ja auch nicht die sind von 2019 das ist jetzt also relativ neu das kann eigentlich ja nur vom Toy Story 4 sein oder was das ist halt nicht so extrem spannend und dann hab ich gesagt komm lass es stehen vor allem weil der Buzz Lightyear der hätte auch niemandem wirklich mehr Spaß gemacht und ich hab ja einen super schönen Buzz Lightyear da stehen dementsprechend war das in Ordnung Porzellinchen ja hatte ich eh nicht so das Interesse dran dementsprechend wurde das halt alles stehen gelassen und ähm es war halt einfach ein enttäuschender Flohmarkt aber aber es gab einen Stand und das ja komm es gab einen Stand da fiel mir plötzlich das hier ins Auge Lind und zwar ist das die Jahresartikel Lindtüten vom Lindt Outlet ja und die sind immer eigentlich sind die immer kurz vorm Ablaufen Haltbarkeitsdatum und so ja 12,24 also nicht mehr so lange ja ähm aber die sind immer mega geil und die kosten vor allen Dingen 5 Euro 5 Euro für 750 Gramm Lindt das ist selbst wenn du das runterbrichst auf eine normale Schokolade für einen 100 Gramm Preis absolut geil ja äh und das ist sogar Lindt auch wenn es kurz vorm Ablaufen ist geil da musste ich auf jeden Fall zugreifen hab mal hier so ein Beutel Jahresartikel mitgenommen so und dann hat er aber noch mehr da er hatte nämlich auch noch Marabou Schokolade da so Marabou Schokolade aber nur diese Sorte also Mint Krokant hatte er nur da und da wollte ich eigentlich zwei Tüten von haben oder zwei Packungen von haben für einen Euro jeweils na ich hab jetzt auch nur die eine hier aber ähm ich wollte eigentlich zwei haben und dann hat er mir die gegeben und dann hab ich schon gesehen dass die eine an der Seite geöffnet war dann hat er die weggepackt und hat zwei neue genommen und hat mir die drei in die Hand gedrückt ich hab's nicht verstanden aber vielleicht fand er das so toll dass ich gesagt hab oh die ist ja offen das haben wir dann eine mehr in die Hand gedrückt keine Ahnung ich habe zwei Euro für drei Tafeln bezahlt das nehmen wir mit die sind auch 25.11 das ist jetzt nicht mehr so lange hin aber mal ganz ehrlich was soll denn an der Schokolade schlecht werden irgendwann wenn die abgelaufen ist wird die weiß vor allem wenn das so offen ist also wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm eine Packung holt die halt äh nur so eingefaltet ist und in einer Pappverpackung fällt mir zum Beispiel hier diese ähm Milchriegel ein von Aldi wenn ihr die zum Beispiel holt die werden ganz schnell weiß und schmecken dann auch ein bisschen komisch die nehmen so einen pappigen Geschmack an aber in so einer eingeschweißten Tafel Schokolade passiert dann gar nichts von daher außerdem wer sagt dass sie bis zum 25.11 überlebt ja sollte sie besser aber naja gut guck mich nicht so an und dann hatte er noch am Stand und das fand ich auch geil Kick Bites Original Since 1954 My Soft Licorice Toffee 55 Stück von Malocco das sind aber 385 Gramm Toffee Lakritz und ich liebe die Dinger ich liebe sie ich liebe sie ich liebe sie und diese spezielle Sorte kriegst du hier sonst eigentlich gar nicht aber ich liebe sie und er wollte für so eine Tüte einen Euro haben was wird die denn am ablaufen ja auch äh 11.11 also jetzt gerade aber was soll da bitte schlecht werden also Kinder ich sag euch das das war das das war das Highlight von dem Flohmarkt bei Hamburg das war das Highlight diese Süßigkeiten hätten wir die nicht gekauft wäre diese ganze Kilometer lange Fahrt völlig umsonst gewesen Kasti hat sich auch noch eine Tüte gekauft bei den anderen Sagen hat er eigentlich nicht zugegriffen es hätte auch noch Milka gemischte Tüten gegeben für den Zehner aber da muss ich ganz ehrlich sagen das hat mich das fand ich gut das war dann so okay dafür hat es sich wenigstens gelohnt ja klar man hat jetzt ein bisschen Spritgeld verfahren aber im Endeffekt dafür hat es sich dann tatsächlich gelohnt dass ich dann diese Sachen dann da gekauft habe so auf den Preis gerechnet dann ist das dann in Ordnung wir waren dann noch noch Mittagessen bei den weißt du Bescheid ja gab es dann auch noch da haben wir uns dann auch noch unterhalten und dann sind wir nach Hause gefahren ja das war dieser Tag also wirklich der Flohmarkt bei Hamburg da fahre ich nicht wieder hin das ist ja also gut vielleicht waren wir auch zu spät da aber das sah nicht so aus also kein Stand sah geplündert aus sah bei allen Ständen eigentlich so aus als wäre alles in Ordnung gewesen noch und ich glaube so wahnsinnig viel verkauft wurde oder nicht keine Ahnung aber der Laden hier der hatte so seinen LKW aufgebaut der war ziemlich leer gekauft nachher also nicht ganz aber das ging schon in die Richtung aber ganz ehrlich sagen also das fand ich das fand ich großartig das hat mich sehr erfreut und generell fand ich das jetzt wieder einen fantastischen Roll und ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß dabei sehr hörspiellastig aber auch geile Actionfiguren allein wieder ein Extreme Dinosaur zu finden ist mega geil oder Resident Evil Figuren oder diesen Mummies Alive also das ist natürlich der absolute Burner hier sind wir auf jeden Fall schon mal das ist auf jeden Fall schon mal richtig geil also kann man nur feiern kann man nur absolut feiern ja warte mal so Funtnail ja und Mr. Perfect habe ich mich sehr darüber gefreut den Alf also es war diesmal auch eine Mask Figur wieder Larry Brand Hörspiele was soll ich sagen was für ein Haul was für ein Haul und ich hoffe wie gesagt ihr habt da auch extrem viel Spaß dran mir dabei zuzuhören wie ich euch erzähle wie das Ganze hier zustande gekommen ist ich freue mich ich freue mich jedes Mal total ich finde es geil dass das Jahr so krass auch wieder endet wie es eigentlich angefangen hat also dieses Jahr ist Flohmarkt technisch ja nur wirklich der absolute Wahnsinn ausgebrochen bei mir und tja ich hoffe nur dass nicht mehr Flohmärkte jetzt in Zukunft sind wie der in Hamburg dass wir das gejinxt haben jetzt damit aber mal gucken ich bin noch nicht sicher ob ich das nächste Mal wieder zu dem hier kann wo es diese tollen Sachen gibt ich hoffe es sehr aber ich bin mir nicht ganz sicher es gibt auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch mindestens einen Flohmarkt den ich besuchen kann und dann wird es halt wieder ein bisschen dünn und mager da muss man dann mal gucken also ihr könnt nicht jede Woche mit einem Haulvideo rechnen aber wenn es dann ab und zu mal eins gibt das so ausfällt wie das oder auch mal ein bisschen kleiner selbst das würdet ihr gucken oder alles klar Abo, Daumen, Kommentare Benachrichtigungsglocke wieder anschalten genau und ihr wisst was das bedeutet das heißt das Video ist jetzt vorbei ich bin ganz gespannt wie lange ich hier schon wieder gesammelt habe das ist egal doch schon wieder eine gute Stunde aber das ist es ja auch wert sich darüber zu unterhalten und ja dann bis zum nächsten Mal bis dahin Tschüss was ist denn wohl los ach so das Ende vom Video ja da oben da gibt es ein Video von Mike das könnt ihr euch angucken da unten ist eine Playlist da könnt ihr auch mal reinschauen und da drüben ja da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren ja das war es jetzt Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal